Moin Moin Leute, Ahrensburg Alex, wie immer hier und ich fall direkt mit der Tür ins Haus, es ist was unglaubliches geschehen. Nämlich Treyarch ist zur Vernunft gekommen und hat tatsächlich für DLC 2 einen Trailer gebracht. Wir hatten ja bei DLC 1 nicht mal einen Trailer vor Release bekommen, sondern erst nach Release und irgendwie hat keiner gewusst, dass das neue Kartenpaket rausgekommen ist. Ne, aber tatsächlich gibt es jetzt zu DLC 2 einen Trailer und da seht ihr auch so ein bisschen, wenn ihr nicht abonniert habt. Ist hier irgendwie was dabei, was man vielleicht nicht zeigen sollte? Ne, da habt ihr direkt noch ein bisschen Einblick, wenn ich so alles abonniert habe. Aber Leute, darum dachte ich mir natürlich, wir machen nochmal ein kleines Reaction-Ründchen. Ich habe den Trailer jetzt noch nicht gesehen, seht ihr hier schon, hier ist noch kein von diesen Balken drauf, weil hier ist zum Beispiel ein Balken drauf, das habe ich mir auch schon gegönnt. Das habe ich übrigens gerade geguckt, als der Trailer online gekommen ist, also habe ich jetzt den um knapp 23 Minuten schon verpasst. Aber darum dachte ich mir, schauen wir uns das Ganze mal an, das Ganze habt ihr zu Black Ops 4 Zeiten auch gefeiert. Wir schauen uns den Trailer einmal komplett an sozusagen und dann gehen wir nochmal so ein bisschen durch, schauen nochmal so ein bisschen rein. Wir haben hier schon die Vorschau, warte, 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 jetzt müssen wir erstmal Vollbild machen. Man hat ja schon auf ein paar Leaks gesehen, dass das Ganze so ähnlich sein soll wie Buried halt in Griechenland, also so Griechenland unterirdisch. So ganz habe ich es jetzt nicht verstanden. Aber bevor wir dazu kommen, ganz, ganz wichtig Leute. Nicht zu vergessen, am Samstag sind die Artikel 13 und Artikel 11 Demos. Das mache ich jetzt wirklich nochmal bewusst an der Stelle. Informiert euch über das Thema und wenn ihr dagegen seid, was wahrscheinlich die meisten von euch sind, dann informiert euch und guckt auf jeden Fall, wo in der Nähe von euch ebenfalls Demos sind. Ich werde auch auf einer Demo sein, natürlich, weil es ist ja eigentlich schon Pflichttermin als YouTuber. Und natürlich, weil es mich halt auch persönlich interessiert, von daher informiert euch da. Vergesst es nicht, am Samstag sind die deutschlandweiten bzw. europaweiten Demos. Soviel jetzt erstmal zum Bildungsauftrag an der Stelle. Wir legen mich jetzt los mit dem Trailer, weil sowas dürfen wir theoretisch in Zukunft auch nicht zeigen. So, komm, wir machen direkt hier, direkt mit Stoppen, damit wir schon mal die ersten Einblicke bekommen. Können wir hier nicht mehr irgendwie Bild für Bild zurückgehen? Ich hätte es vielleicht auch runterladen können. Was ist das denn da? Ist das so, wie heißt das Ding? Gibt es das nicht bei Herkules, Pegasus? Das ist halt ein Pferd mit, mit Flügeln. Ein Engelspferdchen. Oh mein Gott. DLC 2 ist ja auch sozusagen der Abschluss schon dieser Story. Das heißt, ab DLC 3 kriegen wir die alte Storyline mit Richtofen und Co. Gucken wir mal weiter rein. Ich lasse jetzt mal ein bisschen länger durchlaufen. Das kennen wir alles schon. Das kennen wir auch schon. Den Bereich kannten wir halt schon. Ohne Ton, glaube ich. Junge. Junge, sieht das groß aus, Mann. Holy, sieht die Map groß aus. Ich weiß nicht, ob du kannst ja safe überall langlaufen. Safe Call, Alter. Ich weiß nicht, ob du bis hier oben hinkommst, aber ich denke mal, so in dem Bereich kannst du halt schon laufen. Und hier unten vielleicht auch. Und ich denke mal auch natürlich hier drin. Und ihr seht, das Ganze ist hier unterirdisch, so ähnlich wie halt bei Buried. Na, was haben wir hier noch? Na? Moin, Digam. Warte, 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 warte. Wobei, nee, bevor wir sich wieder alle aufregen, mache ich ja doch erstmal weiter. Wir gucken gleich nochmal komplett rein. Jetzt mache ich nur ab und an meinen Cut. Die werden tatsächlich nicht angegriffen. Was ist denn das? So ein Passiv-Modus wahrscheinlich. Jetzt ist Action angesagt. Ich sag doch, es sieht schon recht groß aus, alles. Von der Mapgröße her. Ihr seht schon die Wege und sowas. Hier haben wir nochmal. Was ist denn das da an der Seite? Ich dachte anfangs, das wären Zombies. Das sind irgendwie so, ja, so Lavasteine, wo Zombies drin sind. Oder Kristalle wahrscheinlich, wo Zombies drin sind. Vielleicht durch irgendeine Special Weapon, oder sind die dauerhaft da? Ja, Moin. Ja, Moin. Okay, alles klar. Brutus ist auch zurück. Brutus mit sechs Armen. Oder hat er nur vier? Nee, er hat tatsächlich sechs. Hier haben wir nochmal, glaube ich, irgendeine Special Weapon gesehen. Oder was soll das sein? Hat er da gerade, warte mal, hat er da gerade mit drauf geschossen? Er hat hier auf jeden Fall irgendwas aktiv. Ich glaube, das hat... Ja, okay. Die Waffe, die er in der Hand hat, hat auf jeden Fall diesen Strahl ausgelöst. Oh, verschiedene Elemente. Vielleicht haben wir es so ähnlich wie einen Eisendrache, dass wir eine Waffe erstellen können und dann verschiedene Elemente darauf machen können, sozusagen als Upgrade. Ja, ich sag doch, der ist gut. Pack-A-Punch. Oh, Vater. Er waits you. Junge, es sieht halt echt verdammt groß aus. So, gucken wir mal. Ancient Evil. Am 26. kommt das Ganze raus. Das war ja schon bekannt. Zuerst natürlich auf der Playstation und natürlich zuerst hier auch auf meinem Kanal. Dann sehen wir hier noch irgendwas. Kommt doch gleich safe noch was. Nee? Kommt, hier geht noch ein paar Sekunden. Nope. Noch ein größerer Zombie. Aber nicht so groß wie der 6-Armige scheinbar. Also einer, der auf jeden Fall ein bisschen Stress macht. So, warum werden die denn nicht attackiert? Ich muss sagen, durch den ersten Trailer, es sieht schon sehr interessant aus. Es sieht aus wie wirklich vom Aufbau her eine ganz coole Karte. Du hast, so wie es aussieht, mehrere Bereiche, wo du halt auch ein bisschen Platz hast. Nicht so ganz so eng wie zum Beispiel jetzt ein Blood of the Dead. Was ist das denn, Alter? Das ist halt Eisendrache confirmed. Skelettistake. So, da kommt der Große nochmal an. Der hat gefühlt die ganzen Special Weapons dabei. Guckt euch das mal an. Das Schwert von hier Viper and Dragon kann es auch sein. In XXL aber. Und für halt sechsarmige Mutantenwesen gemacht. Okay, wir wissen auf jeden Fall, der macht irgendwelche Fernkampfattacken und Nahkampfattacken. Der wird auf jeden Fall angenehm. Ich denke mal, der kommt wahrscheinlich auch so ungefähr in einem Zyklus, wie so ein Pestvater kommt. Oder so ein Pestvater. So, hier sehen wir nochmal die neue Waffe im Einsatz. Mit scheinbar einem grünen Element. Wahrscheinlich das Erdelement oder sowas. Das hat auch so ein bisschen was von dem Feuerbogen aus Eisendrache. Oder explodiert es noch. Ah, okay. Ah, so. Ich dachte, das wären zwei verschiedene Attacken. Erst kamen die Felsen, dann kam das Feuer. Zum Glück gucken wir hier nochmal in Slowmotion rein. So, die Frage ist, wie kriegt man das Pferd? Das ist auf jeden Fall ein Ehrenpferd, was die ganzen Zombies weghaut. Die Frage ist, wie aktiviert man sowas? So, hier haben wir einen Step. Warte mal, oh, ich hab's gerade gefunden. Hier haben wir einen Step, wo du Seelen sammeln kannst. Vielleicht musst du für das Pferd einfach Seelen sammeln. An verschiedenen Spots. Und dann kannst du es quasi rufen. Schauen wir gleich nochmal kurz rein. Es kommt hier gleich. Da. Guck dir das an. Die fliegen alle weg und es sieht so aus, als ob die... Oder warte mal, hä? Ja, wobei, es ist schwierig zu sagen. Du siehst halt hier unten, dass hier irgendwas fliegt. Wobei, das bewegt sich gar nicht mehr. Ja gut, ist halt schwierig zu sagen, ob das Seelen sammeln am Ende ist, weil die einfach ein bisschen wegfliegen. Kann auch sein, dass es eine Special Weapon ist, die halt einfach nur so einen blauen Schweif macht. Aber es hat ja schon was von Seelen sammeln. Naja Leute, ich würde mal sagen, wir haben jetzt erstmal ein bisschen reingeguckt. Viel kann man daraus jetzt nicht wirklich sagen. Oh, du kannst mit dem... Du kannst damit fliegen. Ah, wir haben doch noch was gefunden. Mit dem Pferdchen kannst du fliegen. So ähnlich wie bei den Drachen. Da, gucken wir nochmal. Es ist nur ein ganz kurzer Zeitraum, wo man das sieht. Da, jetzt sehen wir es nochmal. Wir sind auf dem Rücken von dem Pferd. Ich wollte schon Drachen sagen. Und können scheinbar hier über die Map mitfliegen, so ein bisschen. Es sind halt sehr, sehr viele kurze Cuts. Hier haben wir nochmal den Boy aus dem... Nein-Easter-Egg ist das, glaube ich. Der scheinbar... Ich weiß nicht. Ausgerutscht ist und in Marmelade gefallen ist. Man weiß es nicht. So Leute, ich würde mal sagen, das war es jetzt erstmal vom Trailer. Wir haben nochmal schnell nochmal schon durchgeguckt. Haben noch ein paar Sachen gefunden. Haben natürlich auch noch sehr, sehr viele Fragen übrig. Wenn ihr Dinge gesehen habt, die ich vielleicht übersehen habe. Oder allgemein, wenn euch Dinge aufgefallen sind. Schreibt das Ganze gerne in die Kommentare rein. Lasst uns das so ein bisschen diskutieren. Das war es jetzt erstmal soweit von mir, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr wisst Bescheid. Am 26. Kommt das Ganze raus. Natürlich gibt es hier pünktlich zum Release wieder Gameplays für euch. Ich habe ja zwar in letzter Zeit ein bisschen weniger Zombie gemacht. Aber es ist halt einfach mangelnder Content leider in Black Ops 4 gewesen. Weil Zombie ziemlich vernachlässigt wurde. Immerhin haben wir diesmal einen Trailer bekommen. Das war, wie schon beim letzten Mal, leider nicht der Fall. Und ich bin mal gespannt, wie ihr auch die Karte findet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein, wie ihr allgemein die Trailer fandet. Das war es jetzt endgültig von mir, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020